Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschik ganz nah dran. Heute bei und nun viel Spaß. Ganz herzlich willkommen alle, die sich heute Abend auf den Weg gemacht haben. Die Chöre, der Gesangverein, der Kirchenchor, der Männergesangverein aus Hemmersdorf und der Posaunenchor. Herr Hofmann in der Mitte, der fast wie eine Spinne die Dinge in der Hand hält und uns wirklich gute musikalische Impulse auch mit dieser Organisation liefert. Herzlich willkommen auch, Herr Koschik. Das zwingt ihr, die Chöre zu Schöre zu Schöre zu sein. Brennend heißer Rüst im Zahn, so schön, so schön im Zahn. Fremd, so fern, mit Weimat, so schön, so schön im Zahn. Kein Morus, kein Morus, kein Herz, kein Scherz. Friedlich liegt die Taiga in der wundhellen Nacht. Immer höchlich lauschen, diesen süßen Klang. Grüne Witte rauschen, alles ist Gesang. Herr, immer wieder, schön, wenn wir wieder, wird denn jemals die Zeit wieder schön sein, wie heut. Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wachlichkeit. Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Ewigkeit. Du bist, wie du bist, Halleluja. Alleluja. Wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste. Wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste. Alleluja. Amen. Wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste. Wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste. Wir sind alle Gäste, die Damen, wir sind alle Gäste. Und wir sind alle Gäste. Vielen Dank.